Hallo liebe Otaku Gemeinde, hier spricht wieder Serpul Zora und ich möchte doch in diesem Video euch mal ein paar Eindrücke aus meiner Reise von Japan zeigen. Auch für die, die noch Japan-Fans werden wollen. In diesem Sinne werdet ihr jetzt eine kleine Dia-Show sehen, die euch meine geilsten Eindrücke aus Japan zeigt. Auch das ein oder andere, das ein bisschen freaky ist. Also lasst euch überraschen und viel Spaß meine Freunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war meine kleine Dia-Show für euch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr abonniert mich und wir sehen uns demnächst wieder. Euer Serpul Zora.